Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute eine Willi Schillig-Gangentur. Und zwar das Modell 209,76 als zweiteilige Ecke in Leder Long Life Weiß. Nun, erstmal muss man sagen, Federkernpolstern eher etwas straff gehalten. Hier sitze ich richtig satt drauf. Ich habe hier die Kopfteilverstellung, so kann ich mir das bequem machen. Eigentlich ist Kopfteilverstellung das falsche Wort. Es ist eine Rückenhöhenverstellung, weil Kopf kann ich nicht anlehnen, aber die Schultern liegen schön an. Ich habe genügend Platz zum Liegen und Lümmeln. Das ist eine Garnetur für zwei, drei, vier Leute. Ich kann hier natürlich auch sitzen. Alles okay. Die Form ist gefällig, nichts weltbewegendes, aber auch nichts hässliches. Leder ist robust, also macht einen sehr soliden Eindruck. Nachteil, 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 sie hat keine Sitztiefenverstellung. Sie ist nicht sehr launchig, sie ist eher straff gepolstert. Und nicht jedem gefällt dieser Absatz. Aber sonst würde ich diese Garnetur gerade in so einer hellen Farbe mit diesem pflegelechten Leder schon in Erwägung ziehen. Advertising bei profischnap.de gibt es jetzt diese Schnäppchen im Januar, Februar 2020 zum absoluten Sommerpreis. Wo ist der Preis? Der Preis ist so heiß. Oh, ich sag's gar nicht, weil es ein Kundenstörner ist. Sehr, sehr günstig. Weit, über 2000 Euro. So, schnappen Sie zu. Ich freue mich, wenn Sie nach Empfingen kommen. 50 Kilometer Südl-Stuttgart. Begrüße ich Sie mit einem Prosecco. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Reinhardt.